da seid ihr ja schon wieder ich bin mattia ich bin zwar nicht hart aber dafür sehr sehr herzlich so und was machen wir heute wir backen eine pizza also rein damit ab in den ofen jetzt aber gleich ist diese pizza fertig und fertig sind auch drei neue youtube videos die wollen doch von euch angeguckt werden was zeige ich euch denn ich zeige euch am freitag den 29 4 seht ihr real of life dieses riesenrat das bekommt ein eigenleben das ist hoch spektakulär dann die pizza ist fertig dann muss ich mich aber eben beeilen also am freitag den 6 5 zeige ich euch mein haus auf mallorca könnt ihr sehen wie ich lebe und am ende am freitag dem 13 5 ein totaler geheimtipp erlebt mit mir zusammen einen wunderbaren sonnenuntergang so pizza ist fertig das sieht aber gut aus da bleibt mir doch nichts anderes zu sagen außer guten appetit und ich hoffe wir sehen uns bald wieder